Da bin ich nochmal natürlich in der Natur pur, euer Gute-Laune-Boy. Und da fällt mir ein der Spruch des Tages. Heute macht der Bauer mal wieder Überstunden, denn er dreht gewöhnlich noch seine Runden. In diesem Sinne sag ich, ich lass die Landwirte mal in Ruhe. Und statt die Landwirte mach ich langsam die Äuglein zu. In diesem Sinne sag ich Servus. Piep, piep, piep. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Adele.